Literiania, der persisch-deutsche Literaturpodcast. Und das Ganze ist eine Produktion der iranischen Gemeinde in Deutschland e.V. und des Hüje-Verlags. Und ich freue mich sehr auf das Werk, über das wir heute sprechen werden und auch den Autor dahinter. Nämlich das Werk heißt Halt aus in der Nacht bis zum Wein. Es ist eine Auswahl der schönsten persischen Gedichte des 20. Jahrhunderts. Ausgewählt, übersetzt und mit einem Nachwort versehen von Kurt Schaaf, den ich als erstes recht herzlich begrüßen möchte. Und dazu würde ich gerne versuchen, dass wir trotz digitalem Raum, in dem wir uns befinden, mal kurz alle die Mikrofone anschalten und einen Riesenapplaus machen. Das ist wunderschön, dass das so prima klappt. Das ist nämlich auch das Tolle. Wir sind digital in unserer Lesung. Das heißt, wir sind zwar nicht alle beieinander. Das ist ein bisschen anders, wenn man dann was vorliest. Aber das Schöne daran ist, dass wir egal, wo wir sind, können wir dabei sein. Ganz gemeinsam, bundesweit. Und das ist auch eine ganz besondere Sache. Zu der Organisation dahinter. Ich habe es gerade schon gesagt, das hier ist ein Podcast. Das heißt, wer nachher sagt, Mensch, das möchte ich einfach nochmal hören, der kann das tun. Bedeutet aber auch, dass wir jetzt im Laufe des Abends aufnehmen. Wenn Sie sagen, ich möchte eigentlich ungern mit meiner Stimme in diesem Podcast vorkommen, ist das gar kein Problem. Schreiben Sie uns einfach danach kurz eine Mail oder schreiben Sie uns in den Chat. Und dann können wir das ganz einfach im Nachgang rausschneiden. Und bevor es losgeht, möchte ich zunächst die Worte an Dirk Trönte, dem Geschäftsführer der Ranschengemeinde in Deutschland. Ja, vielen Dank, Susanne. Auch ich möchte erst mal Sie begrüßen, Sie auch, Herr Schaaf. Es ist eine sehr große Freude, dass wir heute Abend auch Sie als Gast haben. Wir freuen uns eigentlich aus zwei Gründen, wenn Sie so wollen. Einerseits, weil wir mit dieser Reihe von digitalen Lesungen, die wir mit dem Suje Verlag, aber auch mit unseren drei Mitgliedsvereinen Anne Iran aus München, Khayyam aus Nürnberg und Hamnashast aus Hamburg organisieren, weil wir mit dieser Reihe jetzt, das ist die dritte Veranstaltung, auch ein neues Publikum für uns als iranische Gemeinde generieren. Deswegen sehen Sie es mir nach, dass ich kurz zwei Sätze zur iranischen Gemeinde sage und noch kurz zu unserem Projekt im Rahmen dessen, das stattfindet, bevor wir dann anfangen können. Die iranische Gemeinde ist ein junger Bundesverband iranstämmiger Menschen, der genau vor zehn Jahren hier in Berlin gegründet worden ist, im Rathaus Schöneberg. Dieses Jahr ist es zehnjähriges Jubiläum. Wir sind bestrebt, möglichst viele Menschen iranstämmiger Herkunft, sogenannte iranstämmiger Herkunft und auch viele Interessen dieser Menschen zu vertreten. Wir sind nicht das Dach aller IranerInnen. Das wäre auch viel zu vermessen. Aber wir versuchen eben möglichst viele Menschen anzusprechen. Wir sind aber ein Verein, der sich Migrantenverein nennt. Das heißt, wir sind keine Organisation, die jetzt aus einer herkunftskulturellen Perspektive oder in einer Art Diaspora lebt. Wir bearbeiten vordergründig jetzt nicht deutsch-iranische Themen oder eben politische Entwicklungen im Iran. Wohl gleich natürlich unsere Mitglieder diese Dinge auch stark interessieren. Wir versuchen uns zu konzentrieren eben auf Themen der Integration und der Migration in Deutschland und sind seit drei Jahren auch Teil der Strukturförderung. Es gibt vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge eine sogenannte Strukturförderung. Das ist die einzige institutionelle Förderung, die uns bekannt ist, zumindest für Migrantenorganisationen in Deutschland. Wir haben jetzt gerade erfolgreich die zweite Phase erreicht. Es werden weitere drei Jahre gefördert und konnten im Rahmen dieser ersten Phase in den letzten drei Jahren jetzt eben eine kleine Geschäftsstelle aufbauen. Der Verein war vor drei Jahren zu 100 Prozent ehrenamtlich organisiert. Heute haben wir ein Hauptamt mit mehreren Kolleginnen und Kollegen und eben auch einer festen Geschäftsstelle. Und wir haben auch mehrere Projekte eingeworben. Weil wenn man natürlich im Bereich Gesellschaftspolitik, Migration, Integration auch Themen besitzen möchte, braucht man dafür ja einfach auch ein bisschen Geld. Und das gibt es halt nur im Rahmen von Projekten, von Modellprojekten. Also außer dieser Strukturförderung, die eben eine Ausnahme ist, dass jemand als Institution gefördert wird, kann man hier eben nur Gelder beantragen im Rahmen von verschiedenartigen Projektförderungen, Modellprojektförderungen und so weiter. Da ist aber die Auswahl an Projekten, an Möglichkeiten ungemein groß. Also ich habe lange in der Türkei gelebt und ich kenne so eine reiche Auswahl von Möglichkeiten, dass zivilgesellschaftliche Organisationen sich Gelder beantragen, kenne ich eigentlich nicht. Und dann kommen wir gleich zum zweiten Punkt, den ich Ihnen eigentlich leider auch kurz noch erläutern muss, weil nämlich eines unserer Projekte, das nennt sich Wertedialog, und im Rahmen dieses Wertedialogs, das heißt eigentlich Deine Werte, meine Werte, unsere Werte, und im Rahmen dieses Projektes findet eben auch diese Veranstaltungsreihe und andere Veranstaltungen statt, versuchen wir, ja, einen Dialog auf Augenhöhe zwischen Migranten, Geflüchteten und der sogenannten Mehrheitsbevölkerung zu etablieren, eben keine einseitige oder asymmetrische Debatte anzustoßen, wie es vielleicht zum Teil auch vorgekommen ist, sondern auf Augenhöhe. Und warum erzähle ich Ihnen das? Ich erzähle Ihnen das, weil in der zweiten Hälfte dieses Projektes dann im nächsten Jahr wir versuchen werden, möglichst viele Menschen anzuschreiben. Entweder machen wir ein Neudeutsch, ein Survey, also eine Umfrage per Mail, wo wir dann Werte abfragen möchten. Vielleicht gibt es auch, wir haben die Methode noch nicht ganz erarbeitet, vielleicht machen wir auch zusätzlich noch qualitative Interviews, wo wir mit Migrantinnen, Geflüchteten und eben auch der sogenannten Mehrheitsbevölkerung einzelne Werte sozusagen erfragen. Und daraus machen wir ein kleines Wert in Bademekum oder einen kleinen Reader, den wir dann am Ende des Projektes vielleicht auch dem Innenministerium überreichen. Das ist die Idee dieses Projektes. Und deswegen wundern Sie sich nicht, weil Sie jetzt auch gerade viele von Ihnen doch recht neu in unser Netzwerk gestoßen sind, wundern Sie sich also nicht, wenn Sie in einem halben, dreiviertel Jahr für uns eine Mail bekommen und eventuell auch nicht aufgefordert, aber angefragt werden, ob Sie daran teilnehmen möchten. Das ist Ihnen natürlich selbst überlassen. Aber das ist der Hintergrund, warum wir diese Veranstaltungen machen und warum wir eben das eben vorbereiten mit dieser Umfrage. So, lange Rede. Eine Sache möchte ich aber noch vorschicken. Der zweite Grund, warum wir uns sehr freuen, ist natürlich, dass wir heute Abend Herrn Kurt Schaaf zu Gast haben, einen der renommiertesten, wenn nicht sogar der renommierte, der renommierte Übersetzer und Herausgeber, auch persischsprachiger Lyrik und Literatur. Ich bin persönlich auch sehr, freue mich auch persönlich sehr, weil wir, weil ich das Vergnügen hatte vor fast 25 Jahren, ja, man sieht es mir an, ich bin auch nicht mehr der Jüngste, vor 25 Jahren beim Goethe-Institut in Istanbul habe ich gearbeitet, durfte dort arbeiten und habe fast eineinhalb Jahre zugebracht und mein Chef war eben Herr Schaaf gewesen. Und wir haben uns seitdem nicht wieder gesehen. Deswegen finde ich das natürlich auch einen großen, persönlichen Gewinn jetzt in diesem Rahmen wieder auf Sie zu treffen. Und ich habe es Ihnen auch gestern schon gesagt und es ist auch keine, es ist auch ehrlich gemeint, Sie haben sich meiner Meinung nach gar nicht verändert und Ihre Frau auch nicht. Also wunderbar, hervorragend. Ich freue mich darauf und würde jetzt eben das Wort zurückgemachen zu sagen. Vielen Dank. Vielen Dank, Dirk Tröntle. Und wir bleiben schon bei dem Werk. Ich möchte Ihnen einmal kurz zeigen, über das wir heute sprechen. Ich habe gerade eben schon zu Majid Moit von Suidee Verlag gesagt, was für ein schönes Cover zu Herrn Schaaf und Herrn Geht. Und das ist auch so, dass das für den Verlag auch ein ganz besonderes Werk ist. Dazu muss man sagen, dass Herr Moit auch schon in den 70er Jahren über Dreiecken mitbekommen hat, was Kurt Schaaf in Teheran gemacht hat beim Goethe-Institut. Es gab unter anderem im Rahmen des Goethe-Institutes viele Poesienächte, die auch politischen und poetischen, nicht nur poetischen, sondern auch politischen Charakter hatten, auf die wir auf jeden Fall später noch eingehen werden. Ich möchte zitieren aus der Einleitung, in einer Zeit, als die Wörter voll Sehnsucht nach Papier suchten. Das steht da geschrieben und genauso interessiere ich mich natürlich dafür, wie kam es denn dazu, dass Sie, Herr Schaaf, mit ihm, Herr Moit zusammengearbeitet haben und das Werk dann letztendlich bei Ihnen verlegt wurde? Majid Moit von Suidee Verlag. So, vielen Dank. Guten Abend an allen, Herr Tröndle, Herr Jafari, Herr Kurt Schaaf und natürlich Sie, Frau Zahre, also für die Einladung und natürlich für diesen Abend, der dann auch mit Lyrik beschmückt wird. Das, was mich wirklich sehr, sehr interessiert und es ist auch Anleihen, so eine Anleihenlesung zu haben, ist für mich auch wirklich eine Ehre. Auf jeden Fall, wie ich dann auf Herrn Traf beziehungsweise auf Kurt Schaaf gekommen bin, es ist eine lange Geschichte, in dem Vorwort habe ich ein bisschen davon erzählt. Das war wirklich ein bisschen hin und her, bis ich dann Herrn Schaaf gefunden habe. Also ich habe schon das erste Buch, das ich dann mit, also in deutscher Sprache in Deutschland 1993 gelesen und gesehen habe, war schon eine Anthologie von Herrn Kurt Schaaf über iranische Lyrik, moderne iranische Lyrik, die Gedichte von Sorab Sebedi, Ahmad Shamlu, von Al-Auxat und allen anderen Dichter wurden übersetzt. Das Buch wurde schon bei einem Verlag, Radius Verlag in Stuttgart herausgegeben. Der Verlag existiert leider nicht mehr und ich habe schon bei meinem ersten Besuch auf der Frankfurter Buchmesse, habe ich schon diesen Verlag, wo damals existierte, besucht und nach dem Buch gefragt, nach der Anthologie und der hat sich gewundert, dass ich dann irgendwie nach diesem Buch suche und der meinte, dass es dann leider jetzt vergriffen ist und das war für mich auch sehr interessant, überhaupt Gedichte ins Deutsche zu übersetzen, ob es möglich ist und das war wirklich eine sehr schöne Übersetzung. Das musste ich natürlich Jahre später erst dann dazukommen, die Gedichte so richtig zu lesen und einfach so beurteilen. Auf jeden Fall, dann habe ich gesucht, nach Herrn Schaaf, dass ich dann diese Anthologie so bekomme. Ich glaube, er war in dieser Zeit in Brasilien oder in Portugal, weiß ich nicht, oder in Istanbul sogar. Also ich habe schon durch Wege einfach versucht, ihn zu erreichen, kam keine Antwort, bis ich dann durch einen sehr guten Freund und wertvollen Freund, Herrn Hosseini Saad, habe ich schon zu Kontakt gekommen mit Herrn Schaaf und dadurch haben wir uns kennengelernt und da haben wir über Lurik geredet und über unterschiedliche Sachen. Wir haben schon, das erste Buch war schon die ausgewerteten Gedichte von Vodophar Hosseini Saad. Jene Tage haben wir schon die erste oder bis zur vierte Auflage bei Surkant herausgegeben, da haben wir schon neu aufgelegt und dann haben wir über diese Anthologie geredet und was mich auch noch freut, wird noch eine Anthologie, eine zweite Band geben. Es wird bestimmt kurz scharf davon erzählen, also bis zu welcher Zeit ist schon die Gedichte ausgewählt und die Gedichte nach der Revolutionszeit wird schon dann in einem zweiten Band sein und das ist schon jetzt in der Bearbeitung. Also es gibt eine wirklich lange Geschichte, wie ich dann auf Schaaf gekommen bin. Ich konnte nur einfach kurz erzählen, also wenn es dann um iranische Logik geht, wir haben schon mehrere Bücher in Übersetzung herausgebracht von Autoren wie Vodophar Hosseini Saad, dann haben wir schon von Ahmad Shamlu mit der Übersetzung oder in der Übersetzung von Bahman Niroman herausgebracht, dann haben wir von Shams Langheroudi haben wir schon in der Übersetzung von Leila Naimi, dann haben wir von Pegah Ahmedi herausgebracht in der Übersetzung von Jutta Himmelreich und von Swahir Ahmed in der Übersetzung von Hussein Mansouri und Sedali Salehi mit meiner Übersetzung. Das sind natürlich auch, steht immer noch, Lurik spielt immer noch eine große Rolle in unserem Programm. So viel geredet, glaube ich. Überhaupt nicht zu viel geredet. Das ist nämlich auch gar nicht so einfach, in wenigen Worten zu fassen, was Herr Scharf allein auch schon verlegt, was er mit herausgebracht hat. Ich möchte Ihnen, bevor es losgeht, ein bisschen mehr über Kurt Scharf erzählen. Er ist 1940 geboren in Landsberg, hat dann ein Gymnasium besucht, bei dem er schon über altgriechische Lyrik einen Kurs besucht hat und davon schon inspiriert war und hat dann das Studium der Rechte und Referendarzeit 1959 begonnen und hat dann die Befähigung zum Richteramt 1969 erhalten. Er hat dann ab dem Herbst 1969 beim Goethe-Institut angefangen zu arbeiten, zunächst in Deutschland und dann war er in ganz, ganz vielen Orten dieser Welt. Also zunächst einmal natürlich, und das spielt auch heute nochmal in unseren Gesprächen eine Rolle, er war stellvertretender Leiter in Teheran von 1973 bis 1979. Also eine wirklich ganz, ganz spannende Zeit im Iran, politisch auch und natürlich auch lyrisch damit. Danach war er von 1979 bis 1985 Leiter in Brasilien, in Porto Alegre. Von 85 bis 88 war er dann nochmal in Berlin und ab dem Jahr 1989 bis 94 Leiter des Bereichs Literatur, Gesellschaft, Wissenschaft im Haus der Kulturen der Welt in Berlin. Bis er dann 1994 nochmal zurück zum Goethe-Institut gefunden hat und dann bis 1999 Leiter in Istanbul war. Dort hatte er ja dann auch mit Dirk Tröntler schon Kontakt, wie wir eben gehört haben. Anschließend war er dann bis 2005 in Lissabon und er ist Herausgeber, wir haben es eben schon gehört, und Übersetzer von Literatur, nicht nur aus dem Persischen, Portugiesischen und Spanischen auch. Er ist freier Mitarbeiter von literaturwissenschaftlichen Publikationen, wie beispielsweise dem Lexikon der fremdsprachigen Gegenwartsliteratur, dem Metzler-Lexikon der Weltliteratur, aber auch dem Kindlers-Literatur-Lexikon unter anderem. Und wer dann sagt, das könnte schon genug sein, nein, ist es nicht. Er ist unter anderem auch Reiseleiter von Taz-Reisen in die Zivilgesellschaft und anderen Reisen im Iran. Und in diesem Sinne gibt es natürlich jetzt sehr, sehr viele Werke, die im Zusammenhang mit Kurt Schaaf genannt werden könnten. Einige haben wir jetzt ja auch schon von Herrn Moit vom CJ-Verlag gehört. Ich möchte Ihnen noch ein paar Titel nennen, unter anderem noch immer denke ich an jenen Raben. Dann persische Lyrik aus dem Jahr 81, Name Blau, Farbe der Augen keine. Jene Tage, also Gedichte von Fuluf Farsad. Wir werden heute auch noch mehr von ihr hören. Dann auch unter anderem eine Blume auf dem Platz des schönen Todes. Dann Peru 1994, Nachdenken über eine Reise ohne Ende. Aber auch ganz, ganz große Namen wie Hafez, Rumi, Omar Khayyam, die schönsten Gedichte aus dem klassischen Persien. Ein weiterer Lyriker, den wir heute hören werden, 2018, Ismail Khoi, Am Fenster der Erinnerung. Und auch persische Dichtungen wie Chehetan, Der Kalligraf von Isfahan. Und auch ein Roman aus dem Iran, viele Werke, also in der Literatur. Da lohnt es sich auf jeden Fall noch mal nachzulesen. Das wäre eine ganz, ganz lange Liste. Und an dieser Stelle möchte ich auch Sie gerne, Herr Schaaf, direkt ganz persönlich ansprechen. Wir haben schon ganz viel über Sie gesagt. Wir haben heute ein ganz besonderes Werk, aus dem wir lesen werden, weil es ganz verschiedene persische Lyrik aus dem 20. Jahrhundert in sich birgt. Deswegen meine Frage an Sie. Wie kamen Sie zu dieser Sammlung und was hat Sie dazu bewegt, diese Sammlung genau so herauszubringen und zu übersetzen? Die Anregung zu dieser Sammlung hat die Geschichte gegeben. Zwischen der Abdenkung von Reza Shah, dem Begründer der Pahlavi-Dynastie 1941 und der Islamischen Revolution 1979, hat in meinen Augen die persische Lyrik einen zweiten Höhepunkt erlebt. Und dieser Höhepunkt hat mich interessiert. Während meiner Arbeit im Goethe-Institut Teheran bin ich mehreren Dichtern begegnet unter persischen Lyrik und habe angefangen, persische Lyrik zu lesen, besonders moderne persische Lyrik, weil sie mir zeitlich und sprachlich deutlich näher stand als die klassische. Und ich habe dann, je länger ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, desto deutlicher feststellen können, dass diese Zeit die große Zeit, eine zweite große Zeit der persischen Lyrik war, nach den Klassikern. Und während es auf Deutsch eine ganze Menge von Ausgaben klassischer persischer Lyrik gibt, fehlte eigentlich eine Übersicht über diesen zweiten Höhepunkt. Und deswegen habe ich mich gemeinsam mit Majid Mohit vom Sujet Verlag daran gemacht, eine solche Ausgabe zusammenzustellen. Ich habe mich mit ihm abgestimmt bezüglich der Auswahl und dann eben angefangen zu übersetzen. Von dem Ergebnis werden Sie heute Abend ein bisschen höher. Vielen Dank, Herr Schaaf. Und da haben wir jetzt tatsächlich die Ehre, ein bisschen reinzulesen. Und ich würde wahnsinnig gerne genau an dem Punkt nachher auch anknüpfen, nämlich auch zu fragen, warum das so eine besondere Zeit war. Aber zunächst einmal haben wir jetzt ein paar Titel ausgewählt und da werden wir jetzt lesen und beginnen tatsächlich im Buch. Ich darf Sie jetzt erst mal einladen für diejenigen, die hier jetzt ganz gemütlich mit und ohne Kamera zugeschaltet sitzen. Lehnen Sie sich zurück. Herr Schaaf und ich haben jetzt das Vergnügen ein bisschen zu lehnen. Ich habe die Ehre, da ein bisschen zu unterstützen. Und Herr Schaaf, wir starten mit einem ganz besonderen Werk, weil es natürlich auch den Titel trägt, nämlich Halt aus in der Nacht bis zum Wein. Das ist von einem Autor, der aus Shiras kommt, Mansour Ochi. Und wir werden das zunächst einmal auf Deutsch von Ihnen hören. Halt aus in der Nacht bis zum Wein. Damit du zu des Regenbogens ewigem Gesicht wirst, Halt aus in der Nacht bis zum Wein, sagten sie. Damit du wie eine Blume blühst bis zum Wein, sagten sie. Wir schlossen die Augen. Vom Anfang der Schöpfung bis zum Ende der Schöpfung wälzten wir uns hin und her. Der Regen reiste entlang den Fensterrahmen fort. Die Flut stieg überraschend. In den Wassern der Geschichte habe ich meine Uhr verloren. Wie viele Stunden sind vergangen von der Nacht? Zählt die Schreie des Hans? Die wievielte Stunde ist in der Nacht? Hinter dem Fenster. Die wievielte Stunde ist in der Nacht? Wo ist jener alte Wein aus der hundertjährigen Flasche aus der Shirazaschenke? Sie sagten bis zum Wein, Halt aus in der Nacht. Wo ist er denn? Wo? Schaut den Herbst, der auf mein Haar gefallen ist und den Schatten des langen, feuchten Schrittes auf der Tonleiter des Mondes. Wer kämpft dem Alter das Haar jenseits des Fensters? Vielen Dank, Herr Schaaf. Man möchte natürlich direkt ganz viel träumen und denken. Es ist eine sehr undankbare Aufgabe in solche schönen Worte dann nochmal reinzubreschen. Aber ich möchte es denn, wir haben nämlich auch die Möglichkeit, jetzt dieses Gedicht einmal auf Persisch zu hören. Und ich freue mich sehr, dass sich dankenderweise Herr Moïd vom Südjeh Verlag bereit erklärt hat, das nun einmal für uns auf Persisch zu lesen. Das ist eine sehr undankbare Aufgabe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2015 Vielen, vielen Dank. Herr Schaaf, was für ein wunderschöner Einstieg. Warum haben Sie sich für dieses Werk auch als Titel entschieden? Wahrscheinlich, weil ich fand, dass in diesem Gedicht sehr deutlich wirkt, dass auch die moderne persische Lyrik auf den Schultern der Klassiker oder dass die Verfasser der modernen persischen Lyrik auf den Schultern der Klassiker stehen. Dieses Gedicht spricht vom Wein und der Wein spielt in der traditionellen persischen Lyrik eine ganz wichtige Rolle, insofern als er eine dreifache Bedeutung hat. Einmal ist damit immer das dem Muslim eigentlich verbotene alkoholische Getränk gemeint, denn Tabubruch ist ein wesentliches Element persischer Lyrik. Zweitens aber ist der Wein ein Symbol für die Liebe und drittens sind sowohl die sinnliche erotische Liebe wie der Wein ein Symbol für die spirituelle Liebe, die Gottesliebe. Und zwar sowohl die Liebe Gottes zu den Menschen als auch die Liebe der Menschen zu Gott. Und wie er hier mit diesem Begriff spielt und noch eine vierte Bedeutung hinzufügt, das fand ich sehr interessant. Der Wein ist einmal das Getränk, das man am Ende eines Festmahls erwarten darf. Der Wein ist aber zweitens vielleicht auch die Liebe zu den Mitmenschen, die menschliche Solidarität, auf die er wartet und hofft. Und der Wein mag eine politische Lösung sein für die Probleme, die er zur Schadzeit in seinem Land gesehen hat und eine Hoffnung auf eine Lösung und eine Erlösung symbolisiert. Insofern fand ich das Gedicht in seiner Vielschichtigkeit interessant und ich fand interessant, dass es zurückverweist auf Shiraz als den Ort, an dem Hafes gelebt hat. Also Shiraz ist in gewisser Weise einer der wichtigsten Orte für persische Literatur, insbesondere persische Lyrik. Und daher schien mir der Ausgangspunkt Shiraz ein sehr guter Ausgangspunkt, auch für moderne persische Lyrik zu sein. Vielen Dank, Herr Schaaf. Also ein wunderbarer Start. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Mir ging es auch so, dass ich, als ich den Titel gelesen habe, noch bevor ich das Buch aufgeschlagen hatte, es weckt einfach so etwas, was im übertragenen Sinne auch mitschwingt. Nacht ist ja nicht nur die Nacht, sondern kann ja ganz viel bedeuten und auch irgendwie Hoffnung und Sehnsüchte in sich tragen. Ich lade Sie auch, die jetzt zuhören, dazwischen ein. Sie können gerne auch etwas im Chat dazwischen schreiben, wenn Sie möchten. Und in dem Sinne machen wir direkt weiter mit einem weiteren Gedicht. Und zwar heißt es Ja, die Erde. Ja, die Erde. Und es ist von Meimanat Mir Saderi. Und da möchte ich Sie fragen, Herr Schaaf, was für ein Gedicht ist das? Wie Sie richtig gesagt haben, ist es ein Gedicht von Meimanat Mir Saderi. Sie stammt übrigens auch aus der Provinz Fars, also aus der näheren Umgebung von Shiraz, steht insofern auch in der Tradition der Shirazer Lyrik. Aber sie hat sich einen Schriftstellernamen gewählt, der vielsagend ist. Orsade, die Freie. Das heißt, aus ihr spricht nur die Literatin, sondern auch eine Literatin, die in der Literatur einen Weg zur Freiheit sieht. Und vielleicht spürt man das auch in diesem Gedicht. Ich hoffe es jedenfalls. Wir tauchen also ein in das Gedicht Ja, die Erde von Aserdin. Ja, die Erde. Das alte, trockene Staub- und Distelfeld. Dort wachsen keine festen, tiefen Wurzeln. Und die zarten Stängel unserer jungen Triebe sind dem jähen Wirbelsturm in den dunklen Jahren des Aufruhrs nicht gewachsen. Ich mag auch manchmal gern die Stille danach stehen lassen, Herr Schaaf. Ich frage Sie natürlich immer noch mal weiter. Wir haben direkt danach ein Werk, das von Ahmad Shamlou ist. Semilomi. Gehen wir mal dahin. Ja, dazu sollte man vielleicht eine Vorbemerkung machen. Erstens, Ahmad Shamlou ist allen Iranern sicherlich bekannt. Den Nicht-Iranern unter unserem Publikum darf ich erklären. Er war wohl der bedeutendste Schüler von Nimajo Sheetsch, dem Vater der modernen Lyrik. Und gilt vielen Iranern als der größte Lyriker des 20. Jahrhunderts. Er hat sich bemüht, Volksdichtung salonfähig zu machen. Und spielt infolgedessen in seiner Dichtung sehr gerne eben auf Volksdichtung an. In diesem Gedicht kommen vier Zeilen vor, die er ein Volkslied entlehnt hat. Und außerdem spielt er an auf die Stammeskultur der Nomaden. Semiram ist nämlich ein Ort von großer Bedeutung. Dort haben die Khashreis, also ein im Süden Irans lebender Nomadenstamm 1943, eine wichtige Schlacht gegen die Armee des Landes gewonnen. Und der Geist der Rebellion scheint die Einwohner von Semiram bis heute nicht verlassen zu haben. Im Jahre 2003 kam es noch mal zu erheblichen Unruhen in der Gegend von Semiram. Außerdem spielt er an auf Stammestraditionen. Die Rashreis, die damals 1943 den Sieg erhoben haben, pflegen ihre Karabiner mit München zu verzieren. Und sie werden also gleich hören, wie Cham Loo dies verarbeitet. Semiram mit dem tanzenden Hufschlag seines Pferdes zieht, durch die überdachte Gasse ein Reiter. Auf dem Riemen seines Karabiners das Glänzen jeder Münze, ein Stern über einer Garbe. In der Nacht ohne einen Hauch, in der Stammesnacht einer Liebe. Vier Reiter kamen vom Pass herab, vier Flinten auf ihren Rücken. Sieh doch, da zieht er vorbei, mit dem tanzenden Hufschlag seines Pferdes, wie der Stahlglanz eines Dolches, das Mädchen schaut vom Söller und von des Reiters vorbeiziehen, ein Andenken wie das schweigende Mahl einer Wunde. Vier Stuten hinter der Moschee, vier Leichen auf ihren Rücken. Bei den Unruhen im Jahre 2003 kam es übrigens leider auch zu einigen Todesopfern. Und als wäre das eine ironische Anspielung der Geschichte auf dieses Gedicht, hat es dort vier Tote gegeben. Ja, ist irgendwie auch ganz beeindruckend, welche Bilder es in einem schafft, wenn man es hört allein schon, das Gedicht. Wir kommen als nächstes zu einer Autorin, die 1927 in Teheran geboren wurde und auch 2014 dort starb, Simin Ben-Bahani. Sie ist unter anderem auch Vorsitzende des iranischen Schriftstellerverbandes, also auch eine sehr bekannte Autorin, oder Herr Schaaf? Gewesen, muss man leider sagen, denn sie lebt nicht mehr. Und sie haben vollkommen recht, sie ist nicht nur eine sehr bekannte Autorin, von vielen Iranern geschätzt. Sie ist die Grande Dame des modernen Gazels. Und sie hat es geschafft, die klassischen Formen in die Moderne hineinzuholen. Und das werden Sie gleich hören. Simin Ben-Bahani Um den Hals gehängt Verwirrt war sie, untröstlich und vollgramm, verzweifelt und bedrückt, niedergeschlagen. So kam sie, ohne den Schador zu tragen, und unverschleiert, um sich herzuwagen, fürchtete nicht, man könnte sie vermahnen und scheute nicht der Nachtwächter Schikanen. Sie dachte nicht, wunne und verwirkt dich. Nein, solche Sorgen konnten sie nicht klagen. Und ihre Augen sahen aus, als wären von einer Traube sie die letzten Bären. Die Hand der Zeit presst ihnen Zehren ab, wie hundert Krüge Herzblut sozusagen. Sie ist verrückt vor Schmerz, einfach verrückt, ist ihrem Volk entfremdet wie sich selbst. Und überschwemmte eine Flut die Erde, würde ihr Albtraum sie von dort wegtragen, ziellos, ohne zu wissen, wie und wo wird dieser Halm vom Wind herumgewirbelt. Wie eine Tote ohne Grab ist sie, verzweifelt, still und starr. Statt lauter Klagen, zwei Tränen nur, leise Verwünschungen. Eines gefallenen Soldaten Stiefel, die Senkel fest verknotet, hatte sie sich um den Hals gehängt, unter dem Kragen. Was hat das zu bedeuten? Ach, mein Kind, auf meinen Schultern sitzt mein armer Sohn, hat sich die Stiefel nur nicht ausgezogen, erklärte sie mir lächelnd auf meine Fragen. Wir müssen uns vorstellen, dass dieses Gedicht oder der Inhalt dieses Gedichtes auf dem Märtyrerfriedhof im Süden von Teheran spielt, Beheshtachra. Vielen Dank. Wir werden als nächstes ein Werk hören von Nusrat Rahmani. Was kann man über diesen Autor sagen, Herr Scharf? Nusrat Rahmani wurde 1930 in einem Slum von Teheran geboren. Damals gab es um die Stadt herum unglaubliche Elensquartiere, die im Laufe der Entwicklung von der Islamischen Republik Iran beseitigt worden sind und durch Satellitenstädter ersetzt worden sind. Und er hat also als Kind wirkliches Elend kennengelernt, fühlte sich auch sein Leben lang als Dichter der Unterschicht verbunden und wurde gern als Poet Modi bezeichnet, als verfemter Dichter, der eben auch Themen zur Sprache brachte, die eigentlich nicht gesellschaftsfähig waren. Eins seiner berühmtesten Gedichte heißt Chachrano. So hieß das Prostituiertenviertel in der Kaiserzeit. Und das Gedicht, das wir jetzt hören, thematisiert den Gebrauch oder Missbrauch des Opiums. Der Mond. Im warmen Duft der Sonne auf den Ebenen des Ostens, da, wo für den Menschen Weizen wächst, dies goldene Korn fürs Dasein, der Kern der Kraft, die Menschen leben lässt, sagt man, da wächst auch eine Blume voller Gift, der Mond. Ihr Knecht wird jeder, der sie auch nur einmal riecht, schließlich wird er des Daseins überdrüssig. Ein Kraut ist sie gegen jedwedes Leid, ein Kraut für den Tod, ein Kraut fürs Leben und selbst ein Leiden, gegen das kein Kraut gewachsen ist. Die beiden Pflanzen geben sich dem Menschen hin, dass er das Böse ernte wie das Gute. Diese ist eine Gabe Gottes, die andere ein Geschenk des Satans. Im warmen Duft der Sonne auf den Ebenen des Ostens, da, wo die Blume für den Sinn, für Poesie wächst, denn auch die Dichter geben sich dem Menschen hin. Auf das sich dieser reinwaschen kann, vom Hadern mit dem Leid. So wie der Weizen haben sie sich hingegeben, um den Menschen zu befreien, dass sich des Lebensräder weiterdrehen, dass Gottes Sinn des Zornes ledig werde, über der Menschen Übermut. Seit jenen Tagen, jenen Nächten, jenen Zeiten vergingen viele Nächte, viele Tage, bis unser Tag kam. Und nun führt aus diesem hoffnungslosen Dunkel, aus jener blinden Saat, kein Weg zum Quell der Sonne mehr. Von jenen lebensspendenden Ehren ist durch die Hand des Windes nichts als ein wenig Stroh geblieben. Die Sonne sendet Pestpfeile statt Lichterstrahl. Und uns trifft keine Schuld. Es führt kein Weg zum Quell der Sonne mehr. Ein jeder Landmann, der je Land bestellt hat, der weiß wohl, außer zu schlafen, zu vergessen, zu verstummen, gibt es keinen Ausweg mehr. Vielen Dank, Herr Schaaf. Was für eine Schwere da auch drin ist, wenn man das liest und hört. Ungeheuer. Er gehörte, wie ich schon gesagt habe, zur Unterschicht, zu einer Schicht der Gesellschaft, die in der Pahlavi-Zeit keinen Ausweg sah, keinen Weg aufzusteigen und ihrem Elend zu entkommen. Und daher auch dieser pessimistische Klang am Abschied des Gedichtes, das Verständnis dafür vermittelt, dass Leute zum Opium greifen, auch wenn sie wissen, was für schreckliche Folgen das hat. Diese Schwere auf den Schultern, die spürt man auch in der Lyrik. Wir werden als nächstes zu Sura Pseperi springen. Ein Dichter und Maler, auch einer der Bekannten, 1928 in Kaschan geboren und 1980 dann in Teheran gestorben. Und Herr Schaaf, das wird jetzt ein Dialog sein. So ist es. Das Besondere an Sura Pseperi ist nicht nur, dass er eine sehr bildnerische Ausdrucksweise auch als Dichter hat, nicht nur als Maler, sondern auch, dass viele seiner Gedichte in einem Plauderton verfasst sind. Hier geht er sogar so weit, dass das Gedicht ein Dialog ist. Allerdings ein Dialog, dessen eine Stimme vorzeitig verstummt. Bitteschön. Knospen sind wir eines Traums. Knospen eines Traums. Und? Werden wir je blühen? Eines Tags. Doch ohne, dass ein Blütenblatt sich regt. Hier? Ja, hier, in diesem Jammertal. Aber die Dunkelheit, die Einsamkeit? Doch, Schönheit blüht für sich allein. Wer wird je kommen, sich an uns zu freuen, uns zu riechen? Von einem Winde fortgeweht zu werden? Und? Wieder zu vergehen? Bei diesem Gedicht, Herr Schaaf, habe ich mich gefragt, warum die Stimme verstummt? Tja, ich glaube, ein wesentlicher Teil der Dichtung von Sepechri ist seinen Hang, ist sein Hang zur Einsamkeit. Er gab keine Interviews, er gab keine Erklärungen, er wollte keine Schüler haben und wünschte sich am Ende seines Lebens in einem kleinen Heiligtum in der Nähe von Kaschan, aber doch so abgelegen, dass man sich nicht ohne weiteres dorthin verirrt, beerdigt zu werden. Und ich glaube, das Verstummen der antwortenden Stimme bedeutet eben auch, dass er auf viele Existenzfragen keine Antwort hat, sondern den Leser oder Hörer einlädt, selbst eine Antwort zu suchen. Ich fand, dass das in seiner Lyrik auch nochmal diese Farbe mitschwenkt. Wir bleiben ein bisschen beim Thema der Einsamkeit und vielleicht auch Lehre und kommen als nächstes zu Mehdi Achawan Salles. Ja, Mehdi Achawan Salles ist ein Dichter, von dem man gesagt hat, er habe eine Brücke von Yush nach Khorasan geschlagen. Zur Erklärung, Yush ist der Geburtsort von Nima Yushitsch, dem Vater der modernen Lyrik und Khorasan ist neben Shiraz der andere Ort, an dem persische Lyrik entstanden ist. Sogar bevor in Shiraz Lyrik geschrieben wurde, Rudaki, der erste persische Dichter in neupersischer Sprache ist in Rudak geboren, wie sein Beiname schon suggeriert und Rudak gehört zu Khorasan im weiteren Sinne und die Khorasanische Dichtungstradition ist also eine, die weit zurückreicht. So auch bei Mehdi Achawan Salles, der einen seiner Gedichtbände aus diesem Avesta genannt hat. Avesta ist das heilige Buch der Zoroastria, das vor 3500 Jahren begonnen wurde und dann fortgeschrieben bis in die mittelpersische Zeit und er hat unter anderem auch dadurch auf mittelpersische, also weit zurückliegende Literatur angespielt, dass er den Verstyp des Khosrowani wiederbelebt hat. Er ist geschaffen worden von dem mittelpersischen Sänger und Dichter Barbot, der am Hofe von Khosrow Parvez gelebt hat und der diese Dreizeiler geprägt hat und sie zu Ehren des Herrschers Khosrowani genannt hat. Jetzt hören wir aber zuerst von ihm das Gedicht Wie ein durstiger Krug. Voller Leere fließt der Strom der Augenblicke. Wie ein durstiger Krug, der von Wasser träumt und von dem Stein im Wasser, welcher ihn zerschlägt, kenne ich Freund und Feind. Ich liebe das Leben, dem Tod bin ich Feind. Aber ach, dem kann ich das bloß anvertrauen. Ich habe einen Freund, vor dem ich Zuflucht nehmen werde bei dem Feind. Der Strom der Augenblicke fließt. Auch dieses Gedicht ist für mich ein wunderbares Beispiel für die Mehrdeutigkeit persischer Lyrik. Einmal thematisiert er hier, dass wir Menschen alle den Hang haben auf die Zukunft zu hoffen, obwohl das einzig sichere, was wir von der Zukunft wissen, ist, dass sie uns den Tod bringen wird. Manche Leute deuten dieses Gedicht auch politisch und sagen, er war einer derjenigen, die geahnt haben, dass die Entwicklung weg vom Kaisertum zu einer islamischen Republik anders enden werde, als viele sich das erträumt hatten. Spannend auf jeden Fall auch diese Entwicklung, dass er persönlich auch nochmal einen ganz eigenen Stil mitgebracht hat, der bis dahin so gar nicht mehr genutzt wurde, oder? Das ist richtig. Das Spannungsverhältnis zwischen der klassischen und der modernen Dichtung ist bei ihm sehr stark. Im Allgemeinen verschmäht er die klassischen Formen und zeigt sich insofern als Schüler von Nimayushit. Aber andererseits ist er thematisch sehr der Tradition verpflichtet und in dem folgenden kurzen Gedicht einem Khosrowani eben auch formal. Ihr Lächeln im Schlaf heißt es. Das klare Wasser und ein Blütenblatt so samtig weich lagen des Nachts im Mondschein wie in einem Teich. Diesen beiden war im Schlaf ihr sanftes Lächeln gleich. Also auch nochmal ein ganz klassisches Beispiel für diese Dreierverse, die Sie gerade angesprochen haben, oder? Ja, so ist es. Und in diesem Sinne kommen wir jetzt zu einer Frau, die sehr sehr bekannt ist auch. Sie ist geboren worden 1934 in Teheran und 1967 auch dort gestorben. Fudu Farasad, sie ist iranische Dichterin und Filmregisseurin und zählt zu den bedeutendsten Repräsentantinnen der iranischen Moderne, sagt man über sie. Hat auch eine ganz bekannte Familie. Also sie ist nicht nur alleine bekannt, sondern auch die ältere Schwester des Dichters Feridun Farasad. Liegt wohl bei denen in der Familie, oder Herr Schaaf? Der Bruder, der Bruder. Genau, der Bruder, soll ich sagen? Genau, Schwester, Bruder. Ja. Offensichtlich liegt ihm das Interesse für Literatur und auch Begabung in der Familie. Überhaupt künstlerische Begabung hat sie geprägt. Sie stand ja auch auf der Bühne, sie hat auch übersetzt, eine ausgesprochen interessante Frau und es ist ein Jammer, dass sie so jung gestorben ist. Trotzdem hat sie die moderne persische Lyrik in ihrer kurzen Lebenszeit entscheidend geprägt und in Folge dessen gibt es auch viele Dichter, die ihr Gedichte gewidmet haben. Aber erst einmal wollen wir sie selber hören und ich bitte Sie, Frau Sade, sie jetzt zu Wort kommen zu lassen mit ihrer Stimme. Sehr schön, ich freue mich nämlich jetzt auf ein Gedicht von ihr, da wollte ich noch davor Sie fragen, können Sie verorten, wann sie das geschrieben hat ungefähr, damit wir so ein kleines Gefühl dafür bekommen. Also dieses Gedicht ist aus ihrem, ja ich würde sagen Hauptwerk, das relativ kurze Zeit vor ihrem Tode erst veröffentlicht worden ist. Sie hat zunächst drei Bücher in Versform veröffentlicht, dabei allerdings nicht klassische iranische Verse benutzt, sondern eher europäische Versmaße und Versformen, also auch insofern schon ein Bruch mit der Tradition. Zweitens war es gesellschaftlich sehr provokant, was sie geschrieben hat und ich bitte um Entschuldigung, ich habe mich eben gehört, das zweite Gedicht von ihr, das wir hören werden, ist aus dem Hauptwerk eine Wiedergeburt. Dieses gehört in diese erste Phase, in der sie also Gedichte in europäischen Versformen geschrieben hat, aber dennoch die iranische Gesellschaft ungeheuer provoziert hat. Erstens dadurch, dass sie sich eben für westliche Formen statt für die einheimische Tradition entschieden hat. Zweitens dadurch, dass sie eine Rolle einnimmt, die von der iranischen Gesellschaft für absolut unmöglich gehalten wurde. So etwas durfte eine Frau nicht einmal denken, geschweige denn sagen oder schreiben oder gar veröffentlichen. Von Furu Farosat das Flittchen Geh mir bloß aus dem Weg, denn ich bin herzlos, unbeständig. Ich bin das ganze Gegenteil von einer tugendhaften Gefährtin und in meinem Busen herrscht der schiere Wahn. In meinem Herzen toben tausend wilde Leidenschaften. Dein Herz ist rein, ich aber bin befleckt, innen wie außen. Nur für die Fremden bin ich gut in ihrer Einsamkeit. Betrunken bist du wie von Alkohol durch meine Küsse. Der Wein und der Pokal raubten auch mir die Nüchternheit. Mein Auge spricht dich an, als an, als ob es tausend Zungen hätte. Und ich bin's, die den Zechern Wein eingeschenkt, hier in der Runde. Wie lange willst du wohl noch über Liebeskummer jammern? Na, wenn du einen Kuss willst, hol ihn dir von meinem Munde. Ja, deine Liebe ahnt nicht, was sie tut, wenn sie mir leuchtet, so zart wie über einen Sumpf des Mondes milder Schein. Dein Mitgefühl trifft auf mein Herz wie sanfter Regentropfen, ein Sündigerz, das brach liegt, trocken ist und hart wie Stein. Ich bin die Dunkelheit, ich bin das ewige Verderben, du bist der helle warme Sonnenschein, der Hoffnung sät, in meine Seele, du beglückter Fruch, du Funken, doch kommt dein Licht für meine arme Seele jetzt zu spät. Du bist zu spät gekommen, meine Seele ist besudelt, zu spät bist du gekommen und zu groß ist meine Schande. Der Wind, der Schmach und der Erniedrigung löschten die Fackeln, die Asche wieder anzuzünden, bist du nicht im Stande. Also ich war erst mal sprachlos, als ich das das erste Mal gelesen habe. Das dürfte fast allen Iranerinnen, vielleicht auch vielen Iranern, männlichen Geschlechts auch so gegangen sein, als sie das Gedicht zum ersten Mal gelesen haben. Es ist wirklich eine Provokation gewesen und ich finde es beeindruckend, wie sie hier in eine Rolle schlüpft, die eigentlich nicht ihre war, aber wie sie hier erlebbar macht, dass Literatur einem die Möglichkeit gibt, auch Erfahrungen zu machen, die außerhalb des eigenen Alltags liegen. Auf jeden Fall unglaublich mutig und beeindruckend. Wir werden jetzt eine kleine Reise in den Frühling machen, der gerade noch so weit weg von uns scheint, in diesem September, Oktober, den wir jetzt gerade haben, aber man kann es sich schon mal ein bisschen vorstellen, weil ja im Iran im Frühling man auch Feindchen kaufen kann an jeder Straßenecke, Herr Scharf und da lehnt das nächste Gedicht auch an. Ja, so ist es. Das nächste Gedicht ist also keine gesellschaftliche Provokation, sondern das nächste Gedicht hat etwas von Naturlyrik, aber auch diese, wenn man genau hinhört, wieder mit einem doppelten Boden, es enthält also versteckt, vielleicht auch durchaus kritische Töne. Der Verfasser ist Mohammed Reza Shafi Katkani, der sich den Namen, den Dichternamen Seleshk, Träne, gewählt hat, weil er eine durchaus melancholische Grundstimmung hatte. In diesem Gedicht möchte man das gar nicht annehmen. Der Zug der Feilchen, schön sind in den letzten Wintertagen die wandernden Zugfeilchen. Wenn am hellen Märzmittag die Feilchen aus dem kalten Schatten in einem duftenden Frühlingsatlas mit Erde und Wurzeln ihrem wandernden Vaterland in kleinen Holzkästen an die Straßenecken getragen werden, sprudelt ein Strom von tausend Strophen in mir. Ach könnte, ach könnte man doch sein Vaterland wie die Feilchen in Kisten voll Erde eines Tages mit sich fort tragen auf beliebigen Wegen in der reinen Sonne im hellen Regen. Entstanden ist dieses Gedicht gegen Ende der Scharzeit verfasst von einem Mann, der eine Ausbildung zum Geistlichen durchlaufen Tate und der gehofft hatte, dass die islamische Revolution die Demokratie islamischer Prägung bringen würde, nach der er sich sehnte. Nach der Revolution ist er als Dichter verstummt und hat nur noch Überdichtung geschrieben, selbst keine Gedichte mehr verfasst oder zumindest ist nicht veröffentlicht. Warum darüber sollten Sie sich Ihre eigenen Gedanken machen? Lassen wir es genauso stehen, Herr Scharf, und werden einfach unsere eigenen Gedanken an der Stelle gehen. Ich finde es auf jeden Fall schön, wie diese Doppeldeutigkeit immer wieder in Form von so schönen Dingen wie beispielsweise Blumen ihre Rolle spielen in diesen Werken. Wir kommen noch mal zu Wir haben sie gerade eben schon gehört und nun zu einem Werk, das sie zu späterer Zeit geschrieben hat. So ist es. Dieses Werk stammt aus Eine Wiedergeburt. Das ist ihr Hauptwort Werk und dieser Titel ist insofern sehr glücklich gewählt, als sie jetzt entschlossen mit allen Traditionen gebrochen hat. Nicht nur mit der gesellschaftlichen. Sie hat nicht nur die traditionelle Rolle einer Frau abgeschüttelt, sondern sie hat auch die traditionellen Versformen überwunden, um entschlossen, moderne Lyrik zu schreiben, und zwar modern in jeder Hinsicht, formal wie inhaltlich, und dabei weit hinaus gegangen ist über die meisten ihrer männlichen Kollegen. Hören sie sie selbst. auf der Leben zu leben. Schwer beladen mit Sehnsucht, schwer beladen mit Schmerzen stehe ich auf der Erde, auf das die Sterne mich loben, auf das die Lüfte mich laben. Aus meinem Fenster schaue ich nur der Klang von einem Lied bin ich so vergänglich wie das Ried bin ich nur den Klang von einem Lied suche ich im Stöhnen einer Lust die lauter ist als die schlichte Stille jenes Kummers nicht nach einem Nest suche ich in einem Körper der wie Tau ist auf der Lilie meines Leibs auf die Wand der Hütte die mein Leben ist haben mit dem schwarzen Strich der Liebe jene die vorübergezogen zur Erinnerung ein paar Zeichen hingekritzelt ein durchbohrtes Herze eine umgeworfene Kerze stumme ausgebleichte Punkte über wirren wettern jeder Mund der meinen Mund berührte zeugte einen Stern in meiner Nacht der sich niederließ auf dem Strom meiner Erinnerungen wozu sollte ich wohl einen Stern begehren dies hier ist mein Lied herzergreifend herzerweichend er als dies war nicht mehr denn dies ich empfinde Selbstsicherheit die irgendwie in ihr mitschwingt wenn sie diese Gedichte schreibt ich habe das Gefühl dass ganz viel Selbstbewusstsein in dieser poetischen Rolle steckt oder es ist erstaunlich wie viel Selbstbewusstsein diese Frau hatte das brauchte sie auch sonst hätte sie sich nie gegen die gesellschaftlichen Zwänge durchsetzen können die in der damaligen Zeit das Leben der allermeisten Frauen bestimmt haben auf der anderen Seite führt dieses Selbstbewusstsein sie aber nicht zu Triumphalismus sondern die schmerzlichen Elemente des Lebens nimmt sie ebenso wahr wie die schönen die Träume ebenso wie den Realismus ein paar wenige Gedichte haben wir noch die wir lesen möchten und das vorvorletzte darf ich sagen war mir persönlich ganz wichtig dass wir das nehmen es war einer meiner Lieblings Gedichte als ich das Buch gelesen habe und ich freue mich dass Herr Scharf nun ein Gedicht von Bijan Jalati für uns lesen wird Bijan Jalali ist wieder ein Shiraser Dichter er hat übrigens Philosophie studiert in der Hauptstadt ist dann aber rollmütig nach Shiraz zurückgekehrt hören sie also Bijan Jalali was ich am ersten Tag was ich am ersten Tag geschrieben habe war das letzte Wort meiner Seele und ein Leben lang bin ich auf der Suche nach dem ersten Wort meiner Seele durch die Welt umhergeirrt es ist sehr schön wenn man jetzt das im Nachhinein als Podcast hört kann man gar nicht die Gesichter sehen die gerade in den Bildschirm eingeschaltet sind und es ist immer ganz schön zu beobachten wie einige ganz verträumt aus dem Fenster schauen und zuhören und manche einfach die Augen zumachen das ist schön es auf diese Art und Weise beobachten zu können Herr Scharf zwei Gedichte haben wir noch und das nächste Gedicht das wir hören werden das ist von Tahare Safazade also nochmal eine Frau wer steckt da dahinter sie hat wie ich finde eine wichtige Rolle im Rahmen dieser Anthologie weil sehr viele iranische Dichter nach der islamischen Revolution das Land verlassen haben ins Exil gegangen sind sie ist den umgekehrten Weg gegangen sie war zunächst in der Opposition gegen den Schar hat da auch Gedichte veröffentlicht ist dann erst nach England gegangen später in die USA hat da gelebt und war recht erfolgreich integriert aber dann hat sie irgendwann das westliche Leben nicht mehr gemocht und hat den Weg zurück gewählt in ihre Heimat und ist in ihrer Heimat nach der islamischen Revolution eine sehr vom Regime anerkannte Dichterin geworden hat dann auch eine Professur bekommen und manche Leute nehmen ihr das übel ich finde es aber wichtig wahrzunehmen dass es eben auch diesen Weg gibt weil jemand dem Westen den Rücken kehrt weil er von der westlichen Zivilisation enttäuscht ist und sich von der eigenen Tradition mehr verspricht pauchen wir also ein in die Worte von Tahere Safazade die Kündigung ich gehe durch die Stadt durch die Stadt ein Weg ohne Ziel vor mir ein Weg ohne Rückkehr im Sinn vor 4 Uhr am Nachmittag nach 8 Uhr am Morgen diese Zeit ist mein ich habe Zeit müßige Hände Kiesel sammeln zu lassen und den Mond aufzuwecken der lange Jahre auf Seite 2 meines Geografie Buchs geschlafen hat unser armer Lehrer glaubte es seien die Meere und die Berge die Trennungslinien zwischen Menschen ziehen auf den langen Korridoren treffen sich meine Kolleginnen im Frauentrakt mit ihnen habe ich geschlossene Fenster geteilt und Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad meine Kolleginnen im Frauentakt treffen sich sie haben ihr Urteil gefällt wie kann sie nur leben ab jetzt ohne den Jahresurlaub ohne den Morgenkaffee um 10 Uhr ohne den Chef ich kehre zurück zu den Jahreszeiten es sind noch immer dieselben vier das Gras lebt noch immer vom Chlorophyll es beißt der Wind wenn er mich anweht die Schwertlilien zittern wie die Beatles ich hatte meinen Kopfschmerzen versprochen heute ein zwei Aspirin zu nehmen noch ist Zeit auch der morgige Nachmittag ist noch mein schwer beladen bin ich von aufenthalten und ich bin pech schwarz geworden ich die ich die schroffe Art der Kugeln hasse Herr Scharf bei diesem Gedicht habe ich mich gefragt in welche Welt wir mitgenommen werden wo befindet sich denn die Person in dem Gedicht noch in den USA und sie verabschiedet sich gerade von dem geregelten Leben das aber ein naturfernes Leben ist sie arbeitet offensichtlich in einem Gebäude mit Klimaanlage wo das ganze Jahr über dieselben Temperaturen herrschen und ihre Kolleginnen es scheint ein Beruf zu sein in dem hauptsächlich Frauen tätig sind und ihre Kolleginnen können sich überhaupt nicht vorstellen wie man das in Zweifel zieht und sie sehnt sich zurück nach etwas anderem natürlicherem weniger zivilisierten im Sinne westlicher Zivilisation und sie zweifelt aber dass sie die richtige Entscheidung getroffen hat das finde ich so interessant dass die letzten Stunden ihres Aufenthalts bestimmt sind nicht nur von Zweifel an dem was in den USA herrscht sondern auch zweifeln von dem was sie erwartet das finde ich so sympathisch an diesem gedicht absolut aber auch wirklich wie man wie sie es schafft dass man ganz für einen Moment in dieser in dieser situation drin ist so ging es mir auf jeden Fall beim lesen zum schluss freu ich mich dass wir noch einmal etwas auf deutsch und persisch hören wird uns das ganze auch noch mal auf persisch lesen und da würde ich sagen werden wir diesmal auf persisch starten her würden sie uns das gedicht von es von furuh skrab vorlesen zunächst auf persisch sehr gerne das gedicht heißt aus torbete ferruげ me a a torbete ferruげ me me a tarik her giz ned díde bude apri chatre hizar pari en 28 rau ve qurepet jemaahat tanhaján an gude meherabahn be go show an gude pan sa a ya shirin ter t Ich habe mich überrascht, wenn ich mich überrascht, Danke schön. Und nun hören wir das Ganze nochmal auf Deutsch von Helm Schaaf. Von Verruchsgrab, vom Grabe Verruchs eines Funkens komme ich, erloschen. Niemals zuvor hatte ich gesehen, dass eine Wolke den Schirm ihres tausendfältigen Kummers über der Entfremdung einer Gesellschaft von Vereinzelten so gütig öffnet und so großzügig. Muss man das süßeste Besingen des Zusammenseins in Trauer beweinen? Ich kenne den Tod aus der Ferne, gewiss. Aber wie kann es sein, dass dieser unendliche Duft nun nicht mehr ist? Ich kann nicht glauben, dass ich von Verruchsgrab komme. Es ist als wehte jener warme, reife Duft noch immer herüber hinter einer jeden Brise. Ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Diese Tränenwolke darf einfach nicht sein. Vielen Dank. Was für ein Schmerz auch in diesem Gedicht. Was steckt da dahinter, Herr Schaaf? Ich glaube, der ehrliche Schmerz darüber, diese großartige Dichterin verloren zu haben, zusätzlich aber natürlich überhaupt der Schmerz, dass man Menschen verlieren kann, Freunde verlieren kann, geliebte Wesen verlieren kann. Auch hier insofern wieder Doppelbödigkeit. Und wenn wir wissen, dass der Dichter sein Land verlassen hat, er ist über Pakistan ins Exil nach London geflohen nach der Revolution, weil er sonst die Todesstrafe hätte fürchten müssen, dann drückt sich in dem Schmerz über den Verlust sicherlich auch der Schmerz über den Verlust der Heimat aus. Herzlichen Dank. Und an dieser Stelle auch herzlichen Dank erstmal für den Einblick, den wir jetzt heute in das Buch haben konnten. Und an dieser Stelle möchte ich erstmal nochmal einen Applaus für unsere Lesung. Dankeschön, dass wir aus Ihrem Buch hören konnten. Es sind ja natürlich ganz, ganz viele Fragen schon zwischen den Zeilen gewesen, um ein bisschen lyrisch zu bleiben. Also wir haben schon einiges dazwischen angesprochen. Zunächst mal würde ich gerne Sie alle, die jetzt hier zusammensitzen mit uns, fragen, was hatten Sie für Gefühle, was hatten Sie für Gedanken, wie ging es Ihnen mit den Gedichten oder was möchten Sie gerne, Herr Schaaf, fragen. Also ich lade Sie recht herzlich ein. Sie können gerne in der Chatfunktion oben rechts finden Sie dieses Comicfenster, können Sie Ihre Fragen reinschreiben. Wenn Sie selber was sagen möchten, gerne schreiben Sie mir dazu einen Stern, dann weiß ich Bescheid. Und dann können Sie gerne etwas sagen. Meine Einstiegsfrage, die ich erstmal noch, Herr Schaaf, stellen möchte, Sie haben es ganz am Anfang schon gesagt, es war eine große Zeit der Dichter nochmal im Iran, zu der Zeit, die wir jetzt gerade als 20. Jahrhundert und die Werke, die Sie gesammelt haben. Können Sie uns das ein bisschen einordnen, warum das so war? Ich kann es versuchen. Traditionell ist die iranische Dichtung bestimmt, mindestens zur Hälfte bestimmt von Liebeslyrik. Und diese Liebeslyrik hatte immer einen doppelten Boden. Einerseits wollte man den Freund oder die Freundin feiern. Andererseits sollte diese Dichtung, wenn irgend möglich, auch als Fürstenlob lesbar sein. Denn Dichter waren auf das Mäzenatentum der Herrscher angewiesen. Und um den Herrscher gnädig zu stimmen und etwas aus seinem Beutel als Geschenk erhoffen zu dürfen, musste man den Herrscher luben. In dieser zweiten Blütezeit der persischen Lyrik hat sich das geändert. Der Mäzen ist jetzt nicht mehr der Herrscher, sondern die Gesellschaft. Die Gedichte lesende, bürgerliche Gesellschaft. Und infolgedessen kehrt sich auch das Verhältnis der Dichter zum Herrscher um. Der Herrscher wird kritisch gesehen. Und diese kritische Haltung bestimmt die meisten dieser Gedichte. Und das macht es sehr interessant, dass einerseits, wie in der traditionellen iranischen Gesellschaft, die Lyrik die führende Kunstform ist. Die lyrischen Dichter sind die Maître Penseur. Sie bestimmen das geistige Klima, das kulturelle Klima des Landes. Aber eben in Umkehr des Verhältnisses, das wir vorher hatten, nunmehr gegen den Herrscher. Sie emanzipieren sich von ihm. Und das ist etwas ganz Besonderes. Mit der islamischen Revolution kommt eine erhebliche Modernisierung in das Land. Im Westen denkt man oft, das wäre ein Rückschritt ins Mittelalter gewesen. Das ist aber ganz und gar unzutreffend. Es war wirklich eine Revolution, die die Massen ausgelöst haben und die die Massen in den Vordergrund und nach oben gespült haben. Sodass die iranische Gesellschaft jetzt viel moderner ist, als sie seinerzeit war. Auch wenn die strengen Moralregeln einiges an Zwängen auferlegen. Und diese Modernisierung bedeutet in Bezug auf die Kunst, dass erstens innerhalb der Literatur neben die Lyrik als führende literarische Form die Erzählprosa getreten ist und der Essay ungeheuer an Gewicht gewonnen hat. Und dass zweitens neben die Dichtung andere Kunstformen wie Musik, Malerei, Skulpturen, Architektur getreten sind. Das heißt, wir haben jetzt eine sehr viel größere Vielfalt, ähnlich wie in westlichen Ländern. Und die Epoche, die wir eben beleuchtet haben, war die letzte Epoche, in der Lyrik wirklich das A und O der Kultur war. Ja, das ist ja etwas, was ja dann natürlich eine absolute Zeit des Umbruchs war. Spürt man ja auch in einigen der Gedichten, dass da einfach ganz viel Umbruch drin ist und man so zwischen Moderne und Klassik irgendwie steht. Trotzdem sind da ja ganz viele Aspekte, die aus der klassischen persischen Literatur kommen. Sie haben gerade eben schon das Schlagwort Wein als typisches Beispiel der persischen Lyrik angesprochen. Können Sie vielleicht noch einmal uns einordnen, was ist denn eigentlich? Typisch persische Lyrik oder kann man das überhaupt so sagen? Einerseits kann man das natürlich nicht, weil es sehr viele verschiedene Dichter gibt, die auch verschiedene Themen angesprochen und verarbeitet haben. Insofern ist eine solche Äußeren von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil sie die Dinge viel zu sehr simplifiziert. Lyrik ist vielfältig und vielschichtig. Auf der anderen Seite gibt es bestimmte Charakteristika in der traditionellen persischen Lyrik. Das sind einmal bestimmte Gedichtformen. An erster Stelle das Gazel, das ja unsere Romantiker auch so geschätzt haben und versucht haben nachzuahmen, das sich aber in der modernen deutschen Lyrik dann wieder verloren hat. Das Gazel besteht aus Gedichten, die alle Zeile für Zeile dieselbe Zeilenlänge haben, dasselbe Metron durchhalten, ein bestimmtes Reimschema haben, nämlich die zweite Zeile reimt sich auf die erste und dann reimt sich jeweils die zweite Zeile auf diese beiden, also die vierte, die sechste, die achte und so weiter. Und das Gazel ist bestimmt von einem bestimmten Vorrat an Bildern, an Metaphern. Besonders beliebt der nächtliche Garten mit der Rose und die Nachtigall darin. Die Nachtigall ist im persischen Bol Bol, kann man durchaus auch als männliches Wort verstehen. Das Persische hat ja keine grammatischen Geschlechter wie das Deutsche. Infolgedessen kann die Nachtigall also ein Mann sein, der die Rose im Garten besinkt. Und in der modernen Lyrik gibt es dieses Bild auch. Aber sehr häufig ist die Rose, die für den Klassiker die Geliebte war, oder vielleicht sogar ein Bild für den Fürsten, nunmehr ein Bild für die Revolution. Und die Nachtigall ist nicht mehr unbedingt der Liebhaber, der die Geliebte anhimmelt, oder der Dichter, der sich in Fürstenlob ergeht, sondern es kann der Prediger der Revolution sein. Also wirklich auch nochmal Aspekte, mit denen man die Werke nochmal auf eine ganz andere Art und Weise liest. Und das ist wirklich toll, da so einen Einblick zu bekommen. Jetzt haben wir im Chat schon einige Fragen. Und da würde ich einfach mal sagen, starten wir mit Nima Diran, auch von der iranischen Gemeinde in Deutschland e.V. Ja, danke schön an alle, an Sujefela, die iranische Gemeinde, Frau Sare und Kurt Schaaf. Also Kurt, wir kennen uns ja von den Iranreisen. Ich glaube, ich darf hier auch dich dutzen. Also wäre nicht Corona gewesen, wären wir wahrscheinlich so auf dem Weg nach Iran mit den Taz-Reisen oder anderen Gruppen. Ich wollte dich also zwei Sachen fragen, wenn das okay ist, wenn die Zeit erlaubt. Also die eine Sache, wir haben ja ganz viel von der Doppeldeutigkeit geredet in der persischen Lyrik. Das ist ja nicht nur persischer Lyrik, sondern es ist auch persische Sprache. In der Alltagssprache haben wir auch ganz viele Doppeldeutigkeiten, Andeutungen, Metapher. Das begrenzt sich nicht auf das Gazelle, glaube ich, sondern einfach auch in der Alltagssprache. So Tarot, was weiß ich, so viele Andeutungen und sonst was wir haben. Wie siehst du das? Also dass wir Perser, du kennst auch die Mentalität, warum kommen wir seit über tausend Jahren auch diese Tarot und Doppeldeutigkeiten, Andeutungen, Metapher nicht raus? Also warum können wir unsere Wörter nicht einfach im Klartext sagen? Also ich weiß, dass aus den politischen Gründen viele Dichter auch in der Zeit von Hafez oder Rudalki oder sonst halt in der jetzigen Zeit oder in der Schachzeit nicht direkt ihre Meinung sagen konnten, aber auch sonst in der Mentalität. Wie siehst du das aus dem deutschen Auge? Und die zweite Frage kommt danach, wenn das okay ist. Ich will gerne versuchen zu antworten, aber ich bin dir dankbar, dass du gesagt hast mit dem deutschen Auge. Ich glaube, das ist wichtig, denn ich beanspruche nicht mit meiner Antwort die Wahrheit zu sagen, weil ich die Wahrheit gar nicht kenne, sondern ich kann nur mit subjektiver Wahrnehmung sprechen. Und meine subjektive Wahrnehmung sagt mir erstens, Iran zu verstehen ist, je besser man das Land kennt, desto schwieriger, weil es so ungeheuer vielschichtig ist. Ich glaube, nicht einmal die Iraner verstehen ihr Land selber. Es ist ein Land voller Rätsel. Deswegen wahrscheinlich auch ein Land, in dem besonders viele Religionen entstanden sind, denn Religionen versuchen ja, auf die Rätsel des Lebens eine Antwort zu geben. Sondern ich kann als Deutscher also nur versuchen, das zu sagen, dass ich nach diesen Vorbehalten mich trotzdem zu äußern traue. Und das ist, ich glaube, da gibt es zwei Dinge. Das eine ist, dass die iranische Kultur so weit in die Geschichte zurückreicht und die iranische Tradition so reich ist, dass sie einfach wegen ihrer Qualität ein ungeheures Gewicht hat und man kann das nicht einfach beiseite schieben. Reichtum fördert nicht nur, sondern Reichtum kann auch eine Belastung sein. Und der zweite Punkt ist, in der iranischen Geschichte hat es, glaube ich, fast nie längere Epochen gegeben, in denen es keine Zensur gab. Und eine Gesellschaft mit Zensur ist keine Gesellschaft, in der es einem leicht fällt, sich freizuschwimmen im Ausdruck. Natürlich ein ganz spannender Punkt, dann genau das mit der Doppeldeutigkeit nochmal auszudrücken. Da war noch eine Anschlussfrage direkt. Ja, wenn die Zeit erlaubt. Also ich wollte schnell fragen. Ich weiß, dass du hunderte deutsche Reisende im Iran begleitet hast. Da war ich auch, dir die Ehre auch kurz dabei zu sein. Du hast heute eine schöne Auswahl aus den vielen Büchern, also von vielen Dichterinnen, Dichtern vorgelesen. Außer bei Nima, wo ich da persönlich ein bisschen betroffen bin. Warum nicht von Nima? Weil er ist ja der Vater von Nima hier vorm. Egal, aber warum? Also das sind die Begegnungen, die Erkenntnisse aus den Büchern. Ja, aber ich würde gerne von deinen persönlichen Begegnungen, von den großen aktuellen Dichtern, wenn du was zu erzählen hast. Wir erzählen ja, dass wir haben so gerade zwei große Dichter, soweit ich weiß, so Sehsaya in Köln und Shafiqat Kani, Sereshk. Aus deinen persönlichen Erfahrungen von den lebenden Dichtern, könntest du uns was vielleicht erzählen? Ich weiß, dass du viele Begegnungen hattest im Iran. Also erstens zu Nima, du hast vollkommen recht. Eigentlich hatte ich auch die Idee, dass wir Nima Yoshitsch hineinnehmen sollten in den heutigen Abend. Aber die Auswahl der Gedichte war nicht einseitig, sondern wir beide gemeinsam haben ausgesucht. Und dabei ist dann eben Nima dem zum Opfer gefallen, dass wir uns ja beschränken mussten und dass wir Gedichte auswählen wollten, die uns beide besonders überzeugt haben. Zweitens zu den einzelnen Dichtern. Du hast recht, ich habe zu einigen Dichtern auch ein persönlich sehr freundschaftliches Verhältnis. Und ich muss sagen, Dichter sind so verschieden wie alle anderen Menschen auch. Ich habe schon von Shafiqat Kani gesprochen. Ich habe erlebt, mit wie viel Hoffnung er während der Monate vor der Islamischen Revolution in die Zukunft sah. Wir haben bei Petroleumlicht oder Kerzenschein zusammengesessen in einer fast ungeheizten Wohnung, weil man wegen des Generalstreiks kaum noch Heizmaterial bekam. Und der Strom jeden Abend abgeschaltet wurde und haben gemeinsam Gedichte gelesen und uns mit den Gedichten gewärmt. Ich habe mit Esmail Hui eine große Freundschaft entwickelt mit Hui, der sehr weit links stand und nicht nur seine Stelle, sondern auch seine Freiheit schon in der Schadzeit verloren hatte, weil er auf eine sozialistische Gesellschaft hoffte. Ich habe auf der anderen Seite aber auch ein persönlich freundschaftliches Verhältnis zu Nadar Puhl gehabt, einem Dichter, der die alte Aristokratie repräsentierte. Er stammte ja aus einem älteren Kaiserhaus als die Pahlavi-Dynastie. Er stammt von Nadar Shah ab. Das heißt, ich bin iranischen Dichtern aus verschiedenen Gesellschaftsschichten mit verschiedenen politischen und ideologischen Einstellungen begegnet. Und ich muss sagen, es war erstaunlich, wie viele verschiedene Aspekte sie mir vom kulturellen und geistigen Leben dieses Landes vermittelt haben. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Genau, da knüpfe ich mal an. Es sind doch ganz, ganz viele Fragen dazwischen. Hau ich mal kurz eine raus, Herr Scharf. Wir hatten es ganz zu Beginn schon mal angedeutet in Ihrer Zeit beim Goethe-Institut in Teheran. Es ist ja heute bei weitem noch lange nicht die erste Dichterlesung, bei der Sie dabei sind, sondern in den 70er Jahren fanden ja auch immer wieder Dichterlesungen am Goethe-Institut statt, die eine ganz besondere Rolle gespielt haben. Können Sie uns mal diese Zeit beschreiben und auch diese Dichterlesungen? Also ich bin zunächst 1973 nach Iran gekommen, habe dann im Goethe-Institut selber besonders zwei Dichterlesungen in Erinnerung. Eine mit dem eben erwähnten Aristokraten Nader Nader Poul, ein außerordentlich feiner Mann von einer geradezu überwältigenden Liebenswürdigkeit und Höflichkeit, der ungeheuer viel getan hat für den Kulturaustausch zwischen Iran und dem Abendland, in dem er, meist auf dem Umweg über das Französische, sein Französisch war hervorragend, Gedichte aus westlichen Sprachen ins Persische übersetzte, aber auch persische Gedichte ins Französische und der in Rundfunk und Fernsehen für ein Literaturprogramm zuständig war. Und die andere Lesung, die mich besonders beeindruckt hat, war die von Esmail Hoi, der sozusagen mein Ciccerone in die iranische Lyrik geworben ist und mir die ersten persischen Gedichte nahegebracht hat. Und dann gab es eine Pause, weil die Zensur unter Mohammed Reza Shah immer strenger wurde und die Dichter nicht mehr wagen konnten, öffentlich zu lesen und das Goethe-Institut nicht mehr wagen konnte, öffentliche Lesungen zu veranstalten. Und dann kam Jimmy Carter an die Regierung und Jimmy Carter versuchte, bei seinen Verbündeten in der Dritten Welt mehr Respekt für die Menschenrechte durchzusetzen und ließ den Shah wissen, dass er diese strenge Unterdrückung missbilligte. Und der Shah fühlte sich ein bisschen in die Ecke gedrängt. Und in dieser Zeit sprach mich dann der Dichter und Journalist Jalal Sarfaraz, der auch Mitglied im Schriftstellerverband war, an und fragte, ob das Goethe-Institut denn unter diesen veränderten Vorzeichen wohl bereit wäre, wieder Dichterlesungen zu organisieren. Und ich sagte ihm, es tut mir leid, das kann ich nicht allein entscheiden. Ich bin nur der stellvertretende Leiter, ich muss meinen Chef fragen. Und dann kam ich mit dem Vorschlag zu meinem Chef, den Sarfaraz mir unterbreitet hatte, nämlich dieses Mal nicht nur einzelne Dichter lesen zu lassen, sondern eine größere Gruppe. Und daraufhin berief er die drei Entsandten des höheren Dienstes, also dem Programmreferenten, mich als seinen Stellvertreter, zu sich. Und wir tagten zu dritt, diskutierten das und kamen sehr schnell zu dem Ergebnis, wir sähen daran eine unbeheurige Chance und wollten das unbedingt machen. Und dann fanden im Oktober 1977 zehn Dichterlesungsabende statt, an denen nicht nur Lyriker, sondern auch Prosa-Autoren lasen. Und zunächst Zehntausende, dann etwa von der Mitte ab, als es regnete, nur noch schätzungsweise Viertausende sich Abend für Abend versammelten. Aber stellen Sie sich das bitte vor, da stehen Viertausend Leute in strömendem Regen unter ihren Regenschirmen im Freien, um ihren Dichtern zu lauschen. Und wir konnten auch nicht in ein Gebäude hineingehen, denn wir hatten kein Gebäude zur Verfügung, das eine so große Menge von Menschen gefasst hätte. Für mich ein unglaubliches Erlebnis. Und manche Iraner meinen, dass diese zehn Dichterlesungsabende ein Auftakt zur Revolution gewesen seien. Ich selber bin da ein bisschen skeptisch. Ich glaube zwar, dass sie sehr wichtig waren durch ihre Forderung nach der Freiheit des Wortes und demokratischen Werten. Ich glaube aber, dass die Revolution, die dann von den Massen getragen worden ist, eher von den Geistlichen hervorgerufen worden ist als von den Intellektuellen. Denn die Geistlichen hatten das Ohr der Massen in den vielen Zehntausenden von Moscheen, die über das ganze Land verteilt waren, während die Intellektuellen doch eigentlich nur akademisches Publikum hatten. Also die zehn Dichterabende da schab. Alleine diese Eindrücke, die Sie uns schildern, würden wahrscheinlich zwei Abende füllen. Und da muss man sich zurückhalten, nicht ganz viel nachzufragen. Sonst würden wir wahrscheinlich morgen Mittag noch hier weitersitzen. Ich hoffe, dass wir da in einem anderen Zusammenhang noch mehr Zeit dafür haben werden. Ich frage jetzt aber mal einige unserer Fragen, die noch hinzugekommen sind. Und Majid Mohit vom Suje-Verlag hatte sich auch gemeldet, der ja von diesem Darschab auch etwas mitbekommen hatte. Herr Mohit, da hängt gerade einmal das Mikrofon. Deswegen würde ich sagen, fangen wir zuerst an und fragen. Esan Jafari hatte sich auch gemeldet von der iranischen Gemeinde, unser Vorsitzender. Ja, Herr Schafin, herzlichen Dank für diesen wunderbaren Vortrag über iranische Lyrik und Literatur. Das hat natürlich bei uns alle unterschiedliche Wahrnehmungen erweckt. Und wir halten natürlich auch zum Teil, als ich auch diese zehn Nächte im Iran, ich war so ein ganz junger Mensch, so 16, 15-Jährig, auch von der Entfernung begleiten dürfen und darüber einiges mitbekommen. Es gibt sehr viele Themen, die wir mit Ihnen, weil Sie zweierlei, einerseits als Zeitzeuge der Veränderungen in der iranischen Geschichte, in der neuesten iranischen Geschichte, dabei gewesen sind und andererseits auch sehr viel dafür beigetragen haben, dass ein gewisser Austausch literarischer Art stattfindet. Wir sind natürlich ihnen dem Sprechen zu danken verpflichtet, aber andererseits natürlich auch, die haben etwas eröffnet, auf dem halt natürlich einige jüngere Menschen auch ihren Weg suchen und finden allein die Kunst der Übersetzung aus dem Persischen oder umgekehrt, hat ganz, ganz große Tradition in der Zeit. Wir haben Herrn Hossein Izzat bei uns als den Goethe-Medaille gewonnen hat, auch seitdem mehrere praktische Möglichkeiten gehabt, ihn auch lesen zu lassen, auch mit ihm ins Gespräch zu kommen, was alles praktisch, was für einen großen Austausch hier in diesem Bereich stattgefunden hat, auch dass die neue deutsche Literatur ins Persische übersetzt wurde, aber auch umgekehrt. Das zeugt alles davon, dass wir wirklich tatsächlich einen sehr guten Weg sind. Aber erlauben Sie mir vielleicht nur so einen Punkt dazu, und zwar, ich bin bei Ihnen auf jeden Fall mit Ihnen, ich kann es vielleicht total zustimmen, was Sie auch über die große der Zeit, wo halt große Persönlichkeiten literarischer Art, wie Schaumlu, Frufahruksat, Seminbeh Bahani und vielen anderen eigentlich sich geltungsverschafft haben in dem Sinne, was aber nach der Revolution stattgefunden hat. Also eine dieser, sage ich mal, ganz banale Vergleichbarkeit herzuziehen und dann schauen wir, wo bleiben die Größen wie Schaumlu in 40, 43 Jahren nach der Revolution. Wo bleiben Größen wie Manu Cera Atashi, Nusat al-Rahmani, Seminbeh Bahani, wo ist diese Figur, wie auch ähnlich vielleicht auch in der Nähe von Frufahruksat kommen kann. Selbst auch, ich will auch, Sie haben auch Esmail Khoui genannt, ich meine, Sie wissen sehr genau, wie viel die iranische Literatur praktisch nach dem Abdanken von Reza Shah linksorientiert war. Also sehr viel unter Einfluss der vielen linken Intellektuellen im Iran gelebt hat, auch sich verzehrt hat davon. Aber was mir letztendlich nach der Revolution fällt, unabhängig davon, ich bin mit Ihnen gleicher Meinung, dass die Literaturbetriebe im Iran wurden demokratisiert. Das ist richtig. Das heißt, es gab eine größere Möglichkeit für viele, ob qualitativ gut oder schlecht, sind dahingestellt, sich zu äußern, sich zu artikulieren, in welcher Form auch immer. Aber vielleicht stimmen Sie mit mir darüber hinein, dass auch, wir haben eine ganz andere transformative Zeit nach der Revolution im Iran weltweit gehabt. Die Zeit von, sage ich mal, Satelliten, dann Internet. Und so war, dass ich auch einigermaßen informiert bin über diese Kulturszene im Iran. Wir sind sehr stark auch unter Einfluss solcher Austausch, was über das Internet stattfindet. Und hat dazu beigetragen, dass natürlich einerseits auch was ähnlich ist zu dem, was in Europa oder auch selbst in Deutschland zu verzeichnen sind, auch im Iran verkörpert wird. Und dementsprechend ihre, sage ich mal, Einflüsse zeigt. Aber dennoch diese Vergleichbarkeit mit den Größen der literaten, Dichtern, Poeten, das wir, sage ich mal, vor der Revolution hatten, ist ein großes Manko festzustellen. Und ich muss auch vielleicht noch einen Punkt dazu sagen, weil aus heutiger Sicht, wir wissen viel mehr über die iranische Revolution, wie die, welche Rolle die ausländischen, sage ich mal, Geheimnisse gespielt haben. Auch demnächst wird ein Film im Iran gezeigt, im COP 53, wo praktisch auch über den Sturz von Mossadet geht und so weiter und so fort. Zusammengenommen, ich will einfach diese Diskrepanz von Ihnen erläutert wissen, warum, wenn eine Veränderung herbeigeführt ist, die Größen qualitativ, sage ich mal, einflussreichen Produktionen oder, sage ich mal, Werke eigentlich in dieser Art und Weise nicht da sind. Vielleicht können Sie es vielleicht aus Ihrer Sicht etwas erläutern. Vielen Dank. Herr Jaffari, erstens sehr herzlichen Dank. Ich fand das sehr interessant, was Sie eben über die Entwicklung der iranischen Gesellschaft geäußert haben. Und ich bin froh, dass Sie das getan haben, weil Sie natürlich als auch innerlich leidenschaftlich beteiligter Beobachter noch ein ganz anderes, viel engeres Verhältnis zu Iran haben als ich. Ich kann im Grunde nur ergänzend sagen, in der Tat kenne ich derzeit keine lyrischen Dichte, die eine vergleichbare Bedeutung hätten, wie seinerzeit Nima Yushic oder Ahmad Shamlu oder Vorruh Fadochsan. Aber erstens mag das meiner Unkenntnis geschuldet sein. Zweitens könnte das daran liegen, dass wir weniger zeitlichen Abstand haben und gewisse Dinge erkennt man aus dem Abstand besser. Der dritte Grund, glaube ich, ist der, dass die Lyrik als solche eben nicht mehr dieselbe Bedeutung hat wie damals. Und dann ist es normal, dass die wichtigsten Figuren nicht mehr lyrische Dichter sind, sondern andere. Und wer das ist, das vermag ich nicht zu sagen. Dankeschön. Wir lassen das auch mal an der Stelle so stehen. Auch da kann man eintauchen. Ich als Moderatorin freue mich immer, wenn so viel Input von außen kommt und so eine Diskussion so glühend und voll ist. Deswegen gehen wir direkt weiter. Es hatte sich auch Herr Moid vom CG-Verlag gemeldet. Vielen Dank. Ich hoffe, dass es dann diesmal läuft. Die Internetverbindung war nicht so besonders gut bei mir. Ich wollte nur über zwei Sachen kurz erzählen. Erzählen über die Wichtigkeit der Lyrik überhaupt in der iranischen Literatur. Das, was dann auch darauf hingewiesen hat und sogar jetzt in dieser Zeit. Ich denke, und das ist auch im Verbindung mit der Lyrik immer noch als ein wichtiges Thema einfach so in unserem Programm aufnehmen und aufnehmen wollen. Und das, was dann ich vielleicht ein bisschen darauf hinweisen möchte und ein bisschen betonen möchte, ich finde, gerade ich komme aus einer anderen Generation von Dichtern. Also die Generation nach Chamblou, sogar Forou und alles andere. Und besonders nach der Revolution habe ich mich ein bisschen mit der Lyrik befasst. Und ich finde, gerade Lyrik nach der Revolution ist, ich wurde, wenn nicht wichtiger als vor der Revolutionszeit ist, ist auch nicht weniger wichtig. Ich finde, da sind schon viele Lyriker, die dann heutzutage schreiben. Da sind viele Lyriker, die dann auch unter wirklich Zensur schreiben und in wirklich schwierigsten Zeiten schreiben. Nicht alle. Der Unterschied ist, also vor der Revolution hatten wir nicht so viele Lyriker und nicht so viele Lyriker. Und jetzt mittlerweile, da sind so viele Lyriker, die dann schreiben. Und es wird auch nicht so wie vielleicht wie damals als Leder. Man ist nicht konzentriert auf eine bestimmte Art von Lyrik oder Lyriker. Ich finde, das ist auch sehr, sehr wichtig. Und man merkt durch Lyrik kann man die Geschichte, also tiefste gesellschaftliche Probleme eines Landes oder beziehungsweise in diesem Fall des Irans, kann man auch dadurch kennen. Also man kann durch immer noch durch Zensur, durch Gedichte besser herausfinden, was gerade in dem Lande läuft. Das ist das eine. Das zweite ist schon die Wichtigkeit der Übersetzung. Überhaupt nicht nur Lyrik. Lyrik ist natürlich auch viel schwieriger. Aber allgemein Übersetzung aus einer Sprache zu anderen Sprachen. Und hier in diesem Fall aus dem Persischen ins Deutsche. Und das, was wir dann auf dem Programm haben, mittlerweile, wir übersetzen aus dem Deutschen ins Persische. Das ist auch sehr interessant. Also das eine Buch, das wir herausgebracht haben, ist schon, man muss wissen, vielleicht einige wissen das, Ferdinand Farruchsaat hat schon ein Gedichtband herausgebracht, 1961 in Deutsch. Das Buch wurde genau an demselben Jahr oder ein Jahr später einen Literaturpreis in Berlin bekommen. Bobrovsky hat schon ein Nachwort oder Vorwort, das Vorwort dazu geschrieben, wurde sehr gut beachtet. Martin Walser hat schon in einem Heft darauf hingewiesen, das sind die Punkte, die dann da sind. Und hat Hossein Mansouri eine andere Jahre als der Titel. Ich meine, das ist von damals sogar her sehr wichtig, diesen Austausch, was der Kutschaf auch sehr richtig drauf gekommen ist und auch davon geredet hat. Diesen Austausch kann man durch Übersetzung am besten erreichen und die Wichtigkeit, wie erst dann nicht damals, sondern jetzt ist schon. Heute, wir haben... Er macht jetzt an der Stelle, glaube ich, das Internet nicht mehr so ganz mit. Ja, du sagst. Jetzt ist Herr Mohit weg, aber wir können dazwischen schon mal, bis Herr Mohit noch mal da ist mit dem Internet, Herr Schaaf. Herr Mohit hat es gerade schon gesagt, es gibt viele andere Werke, die man sich da auf jeden Fall anschauen sollte. Und die Faszination der Iraner für Lyrik, also diese Liebe ist ja auch etwas, was ja schon viele, viele Jahrtausende, kann man ja fast sagen, besteht. Das ist ja etwas, was verankert in der Kultur scheint. Ohne jeden Zweifel. Und mich hat auch sehr beeindruckt, als ich in Iran gelebt habe in den 70er Jahren, dass sehr viele Iraner häufig Gedichte oder einzelne Verse zitierten zu allen möglichen Lebenslagen. Und mein Eindruck ist, dass das weniger geworden ist und dass sie stattdessen eher auch mal eine Fabel oder ein Prosa-Zitat haben oder sich an einen Film erinnern oder sich auf ein Bild beziehen, will sagen, die Kulturlandschaft ist diversifizierter geworden. Und das ist ja nicht unbedingt schlecht. Der Lyriker mag es bedauern, wenn er nicht mehr im Zentrum des Interesses steht. Aber das ist ja keine per se negative Entwicklung. Und dass die Anzahl der Gedichte schreibenden Iraner zugenommen hat, darauf hat ja Majid Mohit eben hingewiesen, scheint mir ein sehr interessantes Phänomen zu sein, ein sehr erfreuliches Phänomen. Aber das macht es natürlich für den Einzelnen schwieriger. In Iran haben übrigens Übersetzungen aus der deutschen Sprache einen ungeheuren Erfolg. Es wird sehr, sehr viel aus dem Deutschen ins Persische übersetzt. Und viele Iraner lesen diese Literatur von den Klassikern bis zur Modernen, während umgekehrt leider nur relativ wenig aus dem Persischen ins Deutsche übersetzt wird. Majid Mohit ist es zu verdanken, dass immerhin einiges an persischer Literatur in deutscher Sprache hier zur Verfügung ist. Ein guter Punkt, um an der Stelle, auch wenn das Mikrofon bei Herrn Mohit gerade eben nicht mehr geklappt hat, noch einmal anzusetzen. Also ich lade Sie, wir kommen langsam auch zum Ende des Abends, auch an der Stelle noch mal recht herzlich ein, nachzuschauen. Beim CD-Verlag, da gibt es einiges, was Sie noch entdecken können, zum Thema persischer Lyrik, auch durch Herrn Schaaf und natürlich vieles, vieles mehr. Zum Schluss gab es noch eine Meldung von Herrn Tröntle. Aber ich möchte das nicht zum Schluss sagen. Also lieber Herr Schaaf, vielen Dank für die vielen Einblicke. Mir schieren jetzt ganz, ganz viele Wortfetzen durch den Kopf. Sie haben von der männlichen Nachtigall, die ist da zum Beispiel hängen geblieben, und der Wein oder die Bedeutung des Weines, die unter anderem auch eine Solidarität ausdrücken kann. Und ich meine, dann sind wir natürlich bei Begrifflichkeiten, die dann auch ganz gut zu unserem Thema passen, was wir heute ja besprechen wollten. Zwar die Lyrik, aber wir wollten ja auch über die Funktion von Lyrik eben als Mittler von Kultur, als Kulturmittler, als Tor auch des Verständnisses von Menschen unterschiedlicher Herkunft sprechen, weil das ja auch mit ein Thema ist. Ich fand ganz spannend, Ihre Aussage, dass je besser Sie den Iran verstanden haben, desto weniger war Ihnen eigentlich klar, oder desto klarer wurde Ihnen, wie vielschichtig das ganze Land ist und wie schwieriger es ist, eigentlich eine ganz klare Aussage zu treffen. Ich glaube, das geht aber mit vielen Situationen heutzutage so, mit vielen Ländern. Und ich glaube, dass es auch eine Krankheit ist, vielleicht ein hartes Wort, aber eine zeitgenössische Entwicklung, dass wir halt jetzt mit diesen sozialen Medien alle, weil die Dinge halt so kompliziert sind, alle dann darauf auch hinspringen und aufspringen, gleich Dinge ganz einfach darzustellen, weil wir es einfach nicht mehr, nicht mehr die Komplexität der Dinge auch begreifen wollen. Das ist ja mit eine Entwicklung, die wir aktuell in der Welt sehen, selbst in einem Land wie den USA, die ja allen voran als die Demokratie schlechthin auch irgendwo gilt, als die liberale Demokratie. Wenn man sich anschaut, wie einfach dort die Welt von dem mächtigsten Land der Welt dargestellt wird, das ist ja wirklich gefährlich. Ich wollte aber eine Sache fragen, aus dem Gesichtspunkt, und zwar weg von der Lyrik, kurz zur Prosa. Wie war das im Iran? Also ich erzähle es aus einem türkischen Hintergrund. Da haben wir ja auch übrigens eine ganz spannende widersprüchliche Entwicklung. Wir haben die Türkei, die schon in den 20er Jahren mit den Atatürkischen Revolutionen letztendlich eine Modernisierung vorgenommen hat, die aber eben von, die auktroiert war, die von oben herab sozusagen entwickelt worden ist. Und heute haben wir eine sehr, Entwicklungen, die eher in eine konservative Richtung gehen. Und im Iran genau das Gegenteil. Wir haben eine islamische Revolution und dafür aber eine, man kann es vielleicht nicht beziffern, aber eine große Bevölkerung, die eben eigentlich relativ säkular ist. Also eigentlich totaler Widerspruch. In einem Land will man islamisieren und die Menschen werden säkular. Im anderen Land will man modernisieren und die Menschen werden religiös. Und unter diesem Hintergrund, wenn man sich in der Türkei zum Beispiel anschaut, wie in den 20er Jahren oder auch schon zuvor, Ende des 19. Jahrhunderts, dass zum Beispiel Formen der europäischen Literatur übernommen worden sind ins türkische, ins osmanische, wie den Roman als Prosa, als Element eben der Prosa-Literatur, dass es dort konservative Autoren gab und immer noch gibt, die den Roman an für sich als Kopie des Westens abgelehnt haben. Wie ist das im Iran? Also ich meine, da gab es sicherlich ja auch Literaturformen, vormoderne Literaturformen, bevor der Iran vielleicht auch mit der europäischen, mit Entwicklung der europäischen Literatur in Kontakt kam, wo ja auch Romanen in Anführungszeichen schon geschrieben worden sind. Gab es dort eine ähnliche Diskussion, dass man sagt, warum schreibt ihr jetzt Romane, das ist doch was Europäisches oder hat man das ohne Widerspruch übernommen? Ehrlich gesagt weiß ich das nicht so genau. Ich habe diese Debatte zumindest nicht aufmerksam verfolgt. Aber eins scheint mir relativ sicher zu sein, dass spätestens seit Sader Hedaryat, dem wohl größten iranischen Romancier des 20. Jahrhunderts, der Roman eine feste Stellung innerhalb der iranischen Gesellschaft hat. Das hängt sicherlich mit dem Genie dieses Mannes zusammen, der einerseits sehr stark der iranischen Tradition verpflichtet war und andererseits höchst modern zu erzählen verstand. Aber wenn ich darf, würde ich gerne nochmal zum Thema Lyrik zurückkommen, dem Hauptthema des heutigen Abends. Wir haben davon gesprochen, dass die zweite Hochblüte vorbei ist. Aber das heißt natürlich nicht, dass die jetzige Lyrik uninteressant wäre. Im Gegenteil, da ist viel Interessantes zu entdecken. Persönlich befreundet bin ich mit mehreren modernen Lyrikern, zum Beispiel Nahid Kabiri oder Ali Reza Abiz, der in London lebt, oder Ali Abdullahi, der zurzeit in Berlin lebt. Und mit ihm gemeinsam erarbeite ich gerade im Auftrag von Majid Mohit eine Anthologie modernster persischer Lyrik. Das heißt, wir bemühen uns auch, die neuesten Entwicklungen dem deutschen Publikum zugänglich zu machen. Was für ein schöner Ausblick auf die Zukunft und was denn da kommt. Und ich glaube, wir werden in dieser Runde, wie wir heute sind, und hoffentlich noch mehr gemeinsam dann gespannt nochmal lauschen und uns gerne nochmal zusammensetzen, wenn es da soweit ist. Erstmal an dieser Stelle, so gerne man da in jede Tiefe gehen möchte, ich hoffe, dass wir da nochmal die Zeit zu haben, möchte ich noch ein letztes Mal Ihnen das Buch zeigen und auch, wer es hört, ans Herz legen. Also halt aus in der Nacht bis zum Wein mit der Auswahl wunderschöner persischer Gedichte des 20. Jahrhunderts. Ich bedanke mich recht herzlich erstmal bei Ihnen fürs Mitdiskutieren, fürs Zuhören. Ich fand es so spannend, einfach diesen Einblick zu bekommen. Auch nochmal durch Sie, Herr Scharf, was denn das auch für eine besondere Zeit war, die dahinter steckt und was auch manchmal zwischen den Zeilen passiert. Vielen Dank an Herr Scharf, dass Sie uns die Zeit gegeben haben, in Ihr Buch reinzuschauen. Danke nochmal an der Stelle auch an den Verlag, an den Züde-Verlag. Und der letzte große Applaus, den möchte ich gerne nochmal von uns allen an Sie, Herr Scharf, widmen. Dankeschön für Ihre Zeit. Und in diesem Sinne kann ich nur sagen, Kaley Mahlou, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Und ja, wir schauen weiter, was die persische Lyrik, die ja im Iran eine ganz besondere Rolle spielt, inwiefern wir da nochmal weiter eintauchen werden. Haben Sie doch einen schönen Abend und Roderfest. Vielen Dank.